Oh, was haben wir da noch? Oh, gar noch eine Kugel! Sind wir ein bisschen drauf, lieber oder kein Schummi? Ja, ja, kein Schummi. Spinni! Also, ich sitze in der Worte, oder? Nein, ich sitze in der Worte. Ich sitze in der Worte. Aieieieieiei! Muss ich da noch ein Pult verpassen, bitte? Äh, egal. Ober, unter, ist gleich. Was ist die Untermitte? Mhm. Ober, schön. Ober, schön. Oh, 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 oh! Wer ist da unter mir? und wer noch und wer noch was haben wir da oder kunde spitzer ok jetzt sind so freigelt alle die erste zwei gehen am freitag zwei gehen am freitag also nicht den sondern nächster also nicht dann kommende sondern übernächste freitag am 28 ist eigentlich termin zur abgabe oder aber ja das wäre eine mittwoch oder wenn man gesehen das ist blöd oder ja es ist es ist einfach ja ich möchte eigentlich so dass sie dann samstag sonntag ja dann machen wir das so dass man da ja bei uns sind gerade bei mir sind gerade alle racke ach so nein ich sehe nicht aber du kannst ja sagen wo du nach willst ja so am freitag machen wir machen wir den elke oder und am samstag machen wir den floh und melanie dann hat dann haben wir haben sehr fast wochenende wo sie dann noch die zeit haben und oder also wir haben vorhin wo in eine drei insel bruch der große und zwei klinien aber ich hätte gleich nach der zweite insel hätte ich hätte eigentlich den schatz schon finden können weil ich genau die kartenteile gefunden habe wo wurde wurde bruchtecht für für den genau nur noch mal du hast du hast ein follow da gelassen und glaube ich glaube ich bin mal vom ruder weg schnell vor sieben stunden da war ich aber nicht online oder da geht es einmal für noah noch den follow weil ich ja nicht da war links von uns eine schaluppe ich denke ja ja auf patchwork macht das nicht wenn du schiechst das geht aber nicht ich bin drüber meinst du hier? meinst du die hier? ja ich bin drüber meinst du die hier? damit ah ok wir können schon suchen das müsste ja schauen wir mal ich sollte noch eine ding bekommen eine ananas hm wer? ja dann gibt es irgendwie duplonen du du blonen plus oder so keine ahnung also suchen wir mal nach dieser insel mittig so links und rechts oben da schmale dünne insel schmale insel irgendwas längliches ja und es muss ein bisschen größer also die ganz kleine nein schräg von links nach unteren nach rechts oben ja genau hundertprozentig waren wir schon 5000 mal auf der insel drauf halt da ist sie ja genau das ist sie ja definitiv alles klar nach rechts das ist in die Richtung ähm nordrecht silber nordrecht nordrecht ja hm 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 ja 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 h ja Nein, wir sind gerade am Angler. Ja, jetzt gerade aber doch, ja. Der ist schon direkt hinter dir. Siehst du das? Mhm. Der hat einen Fisch gefressen. Wie geil ist das? So, so, so. Ja, Richtung passt normal, Vollgas. Zwei Sekunden wieder da? Ja. 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 Wie weh. Danke schön. So, wo ist dein Zuschauer? Äh, Berger? Ja, der muss ich CFTs gewünscht. Ja, Poli. Keine Ahnung. Ich werde gleich ankreiden, wenn er wieder kommt. So, hey, ich bin... Wir haben extra wieder mal so eine richtige CFT-Session. Zweckrisen her. Wege die und die Kunt, oder? Ja. Wollen wir gleich anstreben, hey. Ich bin noch mal in die Ausgucke. Vorne, rechts, schau runter. Ja. Insel liegt vor uns. Jo. Gleich insel, oder? So. Eine Schlupe. Was hab ich noch gesagt? Zwei Schlupe. Ja. 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 Ja, das ist ein Widerstand. Ha ha, so eine Lupe ist beim Fragschaubleber. Ah ok. Und dahinter, wieder weg ist schon mal eine Lupe. Aha. Aber wir müssen eh bloß da hinten halten. Die kleine Lupe hat die Segler gesessen, ist schon wieder in Bewegung. Ich hab einen Schissfrag und... Oh, ist das wieder süß? Was? Der rote Wirbel dringend? Ähm, nein, eigentlich nicht, glaube ich. Nein, das ist ähm... Schalupe, komm du bis zu. Hä? Fliehen oder versinken? Ja, wir können ja probieren sie zu versinken. Ja, wir haben lange nicht mehr gespielt, ne? So, ich mach mich voll mit Kühlchen. Und nehm die Explosivformel. Genau, wir sind gerade. רטikale oper Funk Rennen! Ding Warton, also durchsupungen! Die haben, äh dünne St制 Olympi Gluch Ja, ich kann ihn nicht mehr Nein, doch nicht Hier haben du die Suistation oder? Nein, das ist die Flage Die sind vor und ich bin nicht in der Kausch Nein, die haben das Ding da oben Ähm... Sag schnell Die... ...Handelsflaggen und so Ja, die sind sehr schön geschaut, sonst haben sie nichts gemacht Ganz oben Jo, ich bin Schiff repariert Ich schöpfe nochmal kurz, ich bin vorbereitet Jo Ja Du musst du auch? Wir müssen uns springen fast unterwegs Ja, das ist klar Ja Ja ... 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 es ist er 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 bare er fahrt er 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 Mehr, mehr, mehr ist das hier, ne? Dann kriegt sie es noch nicht Alter Boah, neben Knapp neben Oh, zu wenigstens hier Oh, bin du nah, bin du nah Bin vom Borg gange Bis wenig will weg hier Es wird auch mehr im, mehr im Format Oh, oh Ah, super Nein, 5 Meter von mir weg, das Schiff ist zu wenig weg von der Terminierung, aber man kommt nicht. Ich kann mich nicht auf die Porte. Aber ich habe kein Beinungsschiff. Ja und das ist auch cool. Ja, er dreht gerade ab, dass ich nicht kann. Ich bin nicht auf die Porte. Ich bin nicht auf die Porte. Mein Polly. Grüß dich Polly. Ich bin nicht mehr da. So, wo sind sie hier? Schleur hier. Interess. Wieso? Du hast gesagt, ey du Schneichnacken. Kannst du ja blöd aus? Hm, ja, ja. Ich bin ja gewohnt. Als ich sage, wie du echt machen. Aha, naja, ähm ... Ich hatte vorhin Besuch und von dem her habe ich das nicht ganz gekneist. Polizionskurs? Ja, ich muss doch. Ich bin schon auch gar nicht. Ja, ihr wollt eigentlich verdienen aufs Schiff, oder? Jo. Ich bin wieder verdienen. Ahhhh. So. Mhm. Ja, wie gesagt. Jetzt bin ich ja da. Nur wegen dir. Oder? Du reparierst, das ist sehr gut. So, mach mal auf. Jetzt machen wir nämlich. Eine Runde so. Haha, dass ich Besuch bekommen habe. Oder was? Schiff, ich will hell. Ja. 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 Jetzt kriege ich sie hin. Bist du links oder rechts? Ich nehme sie. Direkt. Ich schaue da nie so oft drauf auf dieses Xbox-Ding, Polly, weil... Was geht ab? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Wo ist die mir lecker? Ah, da vorne ist immer lecker. Sie reden hier, oder? Sehr schön. Okay. 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 Ja, 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 ja. Ich drehe eine Runde so, müsste ich kriegen. Kriegst du so? Und die Silien ziehen fast nicht. Und... Nein, 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 nein. Aber gleich. Ah, der war zu hoch. Kann ich noch mit der Kiegel schenken? Ne, nicht mehr. Geh! Geh, ne, blieh! ich nicht Schuhe, ich bin unterwegs, nicht? Ja, ich bin auf weg. So schein es ist. Ok, ab mir! Oh mein Gott! Hmmmm! Ah! Mach ich, mach ich, Polly! Ich gebe dir eine Antwort, wenn ich es gelesen habe! Wie gesagt, ich muss es jedes Mal aufnehmen und und und, das ist schon bei mir nicht irgendwo bloß, dass es... Hmmmm... Yo druf druf druf, eh? Ich bin auch ein Fluch mit einem Fluch. Du bist doch ein Fluch, ich bin auch ein Fluch! Mögen, geh nicht mehr, ich bin euch ein Fluch! Ich bin auch ein Fluch! Ja! Wir sind gleich down. Sie? Die gehen gleich unter. Ja, die gehen unter. Jawohl. Die gehen unter. Die gehen unter. Die gehen unter. Die gehen unter. Die sind nicht geschüffelt. Jetzt haben wir ja wohl auch gesagt. Ich glaube nicht. Ja, sind down. Nice. Bleibst du in der Höhe? Ja. Okay, mich hört er down. Hey! Wenn wir nur aufpassen, dass sie... Dass sie denken, aber wie gesagt, sie sind down. Hör auf jetzt! Hör auf! Das ist Kabel! Aber egal, ich werde dir trotzdem Antwort geben. Okay, ich höre ihn nicht schwätzen. Ja, ja, der ist noch da. Das siehst du auch sobald Ding, ähm, wenn die Meerjungfrau da ist. Ja, die sind ja nur schwäme. Ja. Und da rein? Das ist nicht schön. Du bist schon gleich mit dem Turm. Ich bin da! Wo ist er? Ja, da hinten ist und da hinten drinnen. Ich bin Bede. Egal, können wir. Die Süden sind immer. Lass uns schwimmen. Jaja, wir gehen auf die Insel, wo wir wohnen müssen. Ist hinter uns die Insel. Bisschen melden oder so? Ja, ja. Die sammeln ihr Zeug ein. Ja, aber ich schiefe diesen auch. Die Kilo will ich vom Schiff. Alles klar. Was ist das? Was ist das? Nein, ich will den. Ich will da vorne. Auf die Insel. Ich hab da einen Auftrag. Ich hab da. Der war nicht mehr. Nee, ich seh's. Hahaha. Von mir ist es zu gut. Von mir ist es auch nicht killt. Hahaha. Na super. Und der ist mit mir zu hell. Ja? Jupp. Ich verstehe lebe mich auch. Aber ich muss ihn für ihn auch nicht. Hm. Er wird vom hell ab nie. Puff. Keiner Schopper. So. Nee, ich schaue jetzt. Ich denke, es ist nur ein Auto-Puglub. Das ist genau andere Seite. Andere Seite oben müsste das sein, ja. Hahaha. Hm. Silverman zu Show. Auto-Puglub. Hahaha. Hahaha. Warte mal. So. Da? Nee. Ähm. Andere Seite. Da geht's rein ins Wasser. Was soll ich sagen? Ich liebe Schiefelisch. Ich will so schlupen. Okay. Weiter vorne. Super. Boah. Bunde. Naja. Schlange hat mich besser. Ist hier das Meeres-Dings-Da-Booms-Da? Naja, jetzt bin ich am Arsch von der Insel. Das ist auch da oben. Ja, wir gehen ja gleich mal zurück. Die haben ja alles irgendwo angegrabscht. Die Typen. Die haben ja alles irgendwo angegrabscht. Die haben ja schon da sein. Ja. 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 Das Glücksschlüssel von Devil's Ridge. Devil's Ridge. Das ist aber auch ne.. Engel. Kehl. Mmhmm. Nur schauen wo die ist, der will switch Markiert Wer springt ab zum Logo Bluff range? Das sieh ich Die Quatschen die ganze Zeit Nicht nur das, du sieh auch Für sieh ich auch da ein Meerjungfrau Irgendwo ist schon so Na da ist jede Menge Material Ah da ist Meerjungfrau ist da Einer von den zwei ist noch da Ja, aber hier Bin tot Ich auch Was war das für eine geile Waffe milch Oh, fucker Oh, fucker Aha, ja, oh Gott, gibt minders im Leben, haha, wobei jetzt ist der, der komische Schlüssel von Devil Switch ist weg. Und jetzt ist das Problem, dass wir wahrscheinlich lange, lange, lade Bildschirm hin. Nein, ich bin schon da. Ah, okay. Vielleicht schon. Ich bin schon da unten, ja, ja, ich bin schon da unten, aber das Schiff ist cool. Aha. Uh, 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 dahinter kommen sie, fahr einfach weiter. Das ist egal, fahren wir, fahren wir runter nach dem, ähm. Ich stelle hier aber noch, wenn wir was kriegen. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Keine Ahnung. Bedeutung, nicht gut. Na ja, links. Aber. So, jetzt sind wir in der Ruhmweg, Wette. Ja, ich bin da. Genau das Richtige. Haha, genau das Richtige. Hahaha Sie sind selig im Wind Das muss ich jetzt hoch haben Jep Und dann einfach Full Gas und gut ist Sind sie wieder dran, oder was? Nein, nein, ich bin nur für ihre Kinder, oder? Wir werden nicht schon bereit für die Züge sein, wenn sie aufregen, dass er sich in Ruhe fehlt. Ja genau, genau da wollen wir hin, einfach, wie gesagt, Richtung Südost weiterfahren. Stößt ihn, oder? Ja, ja, der ist noch da. Direkt vor uns ist eine Schaluppe. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Was will er auf der Ring? ich hab das noch nicht gemacht aber da ist wie gesagt ja der schlüssel oder und ich denke mal dass da irgendwie eine schatzkammer geöffnet wird oder so ich weiß es nicht kann das gar nicht sagen ich gehe davon aus dass es so so ich war ja da hinten sind ja noch zwei knallköp blöd halt für sie sie haben jetzt sogar ihre ihre fahne verloren ganz ganz toll also hat sich rentiert das ist immer so das ist immer so dass das sinnfreie was sie da was ich war mit drei ja also ja ja manchmal manchmal muss die leute nicht verstehen das ist leider gottes so also ja ja aber jetzt die spraaten schlau mich alle ohne ja ja du verstehst uns denn ich will mehr reden bin gleich wieder da ja alles gut Untertitelung. BR 2018 Ja, Polly, das sind die Alien-Lauten, die ich reden. So, weiter geht's. Ja, Polly, das ist ein Schummel, das ist ein Schummel. Pippie, pippie, pippie. Klaue, pippie. Let's go up. Ah ja, Polly, hier siehst du jetzt meine Tastatur, aber du siehst leider Gottes nur die Hälfte von meiner Tastatur. Ich müsste weiter rummachen oder so. Ja. Huh? Crocs, hallo. So, meine Bilder. Yay. Wo bist du zieh? Nee, mir war's besser oder gange. Aha, okay. One-Pack ist wichtig. One-Pack. Huh? Fertig. Oh man. One-Pack ist wichtig. Was? Oh man. Was ist wichtig? Das ist gut. Kommen wir die? Nein, die kommen nicht, oder? Gut. Können wir weiterfahren. Hm. Ha? Ah, ok. Du bist leise, Krischi. Ja, ich weiß, weil du sitzt mit Grünis. Aha, das musst du einstellen. Wir haben... Wir haben das Messer und das Mikro einführt. Wir haben das Mikro. Aha, ok. So, jetzt ist die Frage. Was man mit dem Schlüssel machen muss, oder ob man den einfach nur verkauft? Aber Polly, ich höre da so ein kleines bisschen Neid auf meinen One-Pack raus. Kann das sein? Ich bin ein guter Mann, kann ich genug da sein. Ja. Der Meister hat zu mir in der Lehre gesagt, der Mann unter 100 Kilo ist ein Kripp. Ja. Zieh steh. Ja. Ja. 23. Haha. Park einmal hinter der Insel. Ja, das ist das Skelett, weißt du? Ja, ich weiss. Das Skelett schießt von links und wir uns noch kriegst den Bug. Das ist so ein bisschen geil. Das ist das, was ich so faszinierend finde an dem Spiel. Du knallst irgendwo rückwärts dagegen und vorne hast ein Loch. Kann man den eigentlich nicht umbinden? Kann man sein Haustür umbinden, Polly? Katastrophe. Katastrophe. Ah, cool! An der Kiste. Ein schöner Schall. Ja. Das ist ein Hater hier schnappt. Das ist ein Hater hier schnappt. Ja. Ja. Das sind schon Zierle. Ich wollte ihn nicht fangen. Aber ich habe einen Platz voll. Im Schlesischen freue ich mich. Hm, nur da. Na klar. Jetzt wollen wir jetzt Schuss abführen und dann den Moment, guck, dass ich leben im Springfass. Ich fühle mich nur an einem Boot vorbei. Okay. Okay. So. Ah. Der Eber kauert im Sand unter der riesigen Felswand am Ostrand der Insel. Okay. Stopp mit dem Schlüssel. Ja. Also Ostwand, nicht Ostwand. Wir sind eh gut. Das Ostwand ist hinter. Ist noch mal ein paar? Ost... Keine Ahnung. Der Eber kauert im Sand. Ja, unter der Ostwand. Kunde. Okay. Da sind noch mal jede Menge Eber. Der Eber. Der Eber. Der Eber! Die Eber! Der Eber! Der Reise! Der Eber! Rмер! Hm. Kauert ins an. Soll ich halt nicht wieder reisen, wenn wir nicht sagen so haben, oder? Da ist noch eine Sonne. Ja, aufschließen, aber wenn da kein Schlüsselloch ist, dann kann man ja nicht reinstecken, oder? Ins Näschen rein, oder wie? Wo bitt ich da ein Schlüsselloch? Okay. Okay. Habe ich ja. Ja. Kauert unter der Rieschenkriege sind. Wo strahlt es denn? Hm. Polly dreht grad voll am Rad. Nögel. DAS! INSRECH! Nögel. Nögel. DAS DING LÄSE. Jetzt lass doch mal eine Sekunde stehen! Nögel. 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 die nuschen rot durch, das ist ja gar nicht Links, ok, links, warte, links, ja, links Links, Poli sagt links, links Da? Ne Hier? Hier? Ah, auf dem Plateau Da? Hier? Da? Da? Der passt genau da drauf, wo passt der drauf? Ich stelle mal was tun willst du denn sie? Ja, was geht da? Ja, was geht da? Vorrat vor den Skelethufen? Keine Ahnung, ich lenke, ja Und jetzt? Keine Ahnung Oh, das ist so ein Haufen Geld, das waren das 262 von den Dublonchen hier, oder? Ich, das ist der Wahnsinn. Welche fette Truhe? Die ist so mit, die können wir nicht luken. Trag die mal alle dann raus. Ich und Rätsel lösen, weißt du? So ist Rätsel. Keine Ahnung, da musst du, warte. Das Spiel noch gar nicht wohl umsammeln. Medaillon. Aber was habt ihr denn da aufgerissen? Das sieht ja ein grossender aus. Oh, ich hab ne Medaillon gefunden. Ah cool, also dann da irgendwie, da ist schon ein Rätsel drauf. Eber Medaillon. Ja. Du sollst reinstecken. Steckt da was rein? Wohin? Schütteln. Hallo? Die Tür war da nicht so. Hahaha. Wir hätten noch nie drin gesteckt, jetzt würde ich die Tür langsam zu. Ja, weil du das Rätsel lösen musst. Ja, wo ist denn das Rätsel? Keine Ahnung. Ich denke, da sind ja irgendwie die Stengblöcke drin. Okay. Die Finger aufgerissen. Ange Dorge, ange Dorge. Anker, Schlüssel. Anker. Anker. Er ist der Rätsellöser. Hmhmhm. Ja, nur dass ich gerade ziehe dikinde. Woh. Die Schaublein. Die Schaublein. Ich hab nur zwei Keysteck rettet. Wir sind schon das echte Teamsteck-Rate erfreut. Neeeeh! Feuerschaden, ja. Ja, ich komm da mal liegen tot, oder? Ah, ich hab's grad gehört, du bist gestorbt. Äh, gestirb, gestärb, ge-gestorben. Geh auf jetzt. Jetzt geht die Türe wahrscheinlich nicht mehr auf, oder? Denke mal, ist jetzt zu. Was glaubst du nicht, Polly? Du musst das nicht glauben. Du siehst das mit eigenen Augen. Da waren wir so wie ein wilder Wester. Mit Dynamit bringst du alles auf. So. Gehen wir hier in Deckung. Und dann. Siehste? Hat nicht funktioniert. War zu wenig Dynamit. Ich hätte da mehr Sprengfässer hinpacken sollen. Ja, das musst du können. Das ist die Kürze. Ja, ja. Das ist, das ist, das ist. Schau mal, wenn wir das alles, Polly, wenn wir das alles auf Anhieb machen, oder? Dann, dann ist ja langweilig für dich. Dann können wir das Spiel ruckzuck deinstallieren, weil wir es ja innerhalb von fünf Minuten durch haben, oder? Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, wir wollen ja, dass du uns erhalten bleibst, dass du uns zuschaust, dass du, dass du, ne? So. Das haben wir. Hühnerstall. Meine Oma führt dem Hühnerstall Motorrad. Motorrad. Ja, das ist nicht so schlecht. Aber ich denke mal, ich denke mal, wenn wir Farming Simulator spielen, dann schaust du uns nicht zu. Also von dem her ist es doch besser, wenn wir hier CFT spielen, und es nicht kapieren. Hörner nicht? Außer wir machen das mit Absicht. Wir haben das, also wir haben das ja offline, offline schon dreimal durch das Spiel, ne? Das ist, ne? Und du, vor allem, du musst dich mal, dass das brutal ist, du musst dich so blöd anstellen können. Weißt du? Das ist, das ist das nächste. Vor allem, wenn das schon wehschwit funktioniert. Äh, aber das ist es. Jetzt stell dir, stell dir das mal vor. Wir müssen uns blöd anstellen, damit ihr was... Ne? Hä? Das ist nicht so einfach hier. Nicht so einfach hier, du. Ich kann dir das sagen. So. Jöi, 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 hier, du. Die Skelette, wo ich wählen, weil ich mich wie. Hä? Wir haben da die Skelette im Schlepptau. Du machen das auch im Hefig. So. Jetzt gehen wir mal schnell irgendwo hin, holen uns den nächsten Auftrag und dann machen wir das gleich nochmal. Jö. Diesmal probieren wir es richtig machen. Nein. Wir machen das jetzt nochmal schlecht, oder? Damit der Polyfaschik hilfreich. Ja, genau, genau, genau. Darum spielen wir ja das Spiel. So. Ah. Na? Da kommst du jetzt mal her und nehme ich die Kitschdeck zu? Ja. Das ist schon was. Hey. Da zieht was. Fängst du jetzt so nahe, mich zu kritisieren, oder was? Ja. Nein, das ist immer. Das ist Mobbing am Arbeitsplatz, weißt du, oder? Scheiße, da steht nochmal eine Kiste. Jo, jetzt. Aus dem Himmel aufhörst, sinnlos rumzuballen. Der Kleine hat Angst. Wenn du hier sinnlos rumballerst. Wo ist der eigentlich? Da. Da. Hey, ding. Schliesskommin ist der Unterschuss. Alter. Also gut, dann gehen wir jetzt eine Runde verkaufen. Wo können wir verkaufen? Klimt auspuschen. Richtung... Wischen. Na, wo rechts? Schau mal, da oben ist auch einer. Ah, ja, ne, ne. Ja, ne? Richtung Norden. Fieder ist besser, oder? Das ist ja schon so komische Gerüche, die, ne? Also, das ist ja komische Schäden. Jo, den verkaufen wir jetzt auch. Ja, das ist gut, oder? Den komme ich euch, den komme ich. Brutal. Hm, 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 hm. Gleich wieder da, gleich wieder da. Oh, ja. Das war's. Das war's. Das war's. Ja da. Da will man irgendjemanden overlay für meinen Stream kaufen. Nein danke. No thanks. Ha. Vorne links ist eine... Schädliche Schalupe. Vorne links ein nüsermausen Buschel. Jo. Dömer. Na dann fahren wir weiter. Fahren wir zu dem links oder? Hm. Ich denke sie da ist besser. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und da ist nicht zu sein. Ich weiß nicht, was macht der Bombe im Ball, dude. Ich weiß nicht, was macht der Bombe im Ball. Nein, 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 nein! Ich krieg sie in den Schummel. Ha! Du hast schon stark hart rumgelandt. Yo! Servus grisu! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Ich kann den Schuh sehen, weil der Biefel oben ist. Jupp. Sehr wenig jetzt hier. Nein, nicht auf die Tastatur stehen. Wir stehen nicht auf die Tastatur. Wir gehen dran vorbei oder sonst irgendwas. Hintenrum, vornerum, egal. Aber wir stehen nicht drauf, okay? Genau. Wir stehen da nicht drauf. Perfekt, kleiner Mann. Du warst bei der Quisha, gell? Sieht man. Hallo, Chanelli Pippelli. Chanelli Pippelli von der Wildsau. Was ist los? Gießen wir. Was war das? Reibholz oder so? Keine Ahnung, weiß ich es nicht. Auf jeden Fall hat es uns ein Loch gerissen. Das ist mir jetzt was aus dem Sturm. Hä? Der Dingsholz zieht vor dir die andere Richtung. To easy for me. Hallo. Frage mal. Minimal. Minimal. Bisschen links solltest du fahren. Ja, genau. Nein. Schaloupe vor uns. Schon wieder. Ja. Jo. 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 Und dann drehen wir rum und gehen wir wieder auf die andere Insel. da 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 esa grüzie der Sahbe kieri der Sahbe Jetzt sehen sie wahrscheinlich mit dem Stream los, da geht nix. Da geht nix. Da geht nix. Keine Ahnung. Wir sind geredet, ladet nur. This ship can not sink. Was? Du schaust auf dem Stream, oder? Was? Du schaust auf dem Stream, oder? Bei den? Bei den, ok. Das stimmt, da geht nix. Da geht nix. Da geht nix. Ja jetzt bei dir, der Stream läuft. Jetzt haben wir auch die Linien zu check. Siehst du beim Mapers? Was ist beim Krise? Ja, ich hab gesehen. Der ist los, ok. Ja, ja. Läuft alles. Das liegt am... Am End-User würde ich jetzt sagen, ja. Maul, wie los? Geil, wir haben ja dann auf denen doch die Aschentruhe geklaut, ne? Ja. Neuglader jetzt war doch... War die offen? Die war sogar offen. Nein! Ich liebe es. Ich liebe es echt, gell. Manchmal, manchmal hast du halt Glück, ne? Ja. Manchmal gewinkt man, manchmal verlieren die anderen. Das wollte ich mir schon mal in die Richtung sehen. Säge! Mhm. Ha 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 ha! Ah, scheiss die Walthan! Oh 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 oh, rechtsfluss, zu spüren! Vor frei! Oh nein, oh oh! Ich schaue, könnte das auch! Oh, sie wird erwischt! Die Karten rollen zusammen und gib ihnen Ruhe! Sehr fix! Wenn ich auf meinem Wamper platzen muss, dann leg die wenigstens ahne! Ja, das... Meine Hand geht die Rücke mit der Vorderpfote immer, das nervt mich, du siehst! Ha ha ha! Aus Trampler! Warte jetzt! Aha! Es geht, solange eine Kralle nicht dazu nimmt und sie die an der Rand reinhaut, dann geht's schon! Ja, doch, aber schon! Au! Oh! 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 Ich bin sicher, ich bin sicher. ha 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 jedenfalls mal rakt ja jetzt haben wir alles versiert von dieser euer Fass müsst ihr ich müsste es holen, dass sind paar Kugeln drin drei Fässer liegen ja drin oder? ja ja bing 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 ha bing 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 war was schiebt in der grisu ist nass und hat sich jetzt aufgelegt auf dem fass da haben er kam gerade etwas angepasst reingelaufen schau mal poli wenn wir wenn wir eine brick aufmachen oder wir machen eine brick auf und du spielst mit uns oder dann verzweifelst du das wollen wir ja nicht oder ja und geradeaus ja kann schwer so auch Du musst nur groß schreiben. Was war das? Daniel. Das ist ein typisches Geräusch von Daniel. Das klang gerade wie so ein Ferkelchen im Stall. Sorry. So ein kleines grunzendes Ferkelchen im Stall. Das ist ein Schluckhof. Ja. Classic. So. Ich hole mal ein Segel ein. Jupp. Ich geh mal Loch flicken. Ich hole mal. 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 Kneipe. Halt aufmachen. Und dem. Kneip. Kneipentyp da glaube ich. Was? Mh. 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 Hi. Das Sack. die die komische stelle dazwischen eingestellt und die hann jetzt ein paar mal also im politik ist ja gar nicht anschreien die offene die tale von aschetruhe aha dann ist es der gold sammeldinger glaube ja genau der gold sammler genau wenn sie offen ist kannst du im gold sammler verkaufen so war das ja glaube ich halt aufmachen und einzelne verteilung oder nimmt das will das cool je nachdem was wir haben einen wunderschönen abend wünsche ich dir oder liegt ein schwein leider sind wir schon zu zweit auf weg danke sorry folie und keine ahnung das kann sein der bim bam zu fix normal du eigentümliches relikt ja habe ich verkauft ja nicht schlecht oder nicht schlecht nicht schlecht drei stoff generatoren und zwei und zwei kreis für pumpe und raffiniere mit 750 megawatt nicht schlecht ich habe dein schwein gefunden geschickt liegt auf dem auf dem herd nein dein schwein ja es haben ja vorher schon so ist ja das ist gerade auf dem boden gefunden der schnitzel es liegt halt jetzt am grill mein gott warum beächtig bin so kacke ok was was bringt er was hat er gebracht 2.000 gold 2.000 gold ok ich glaube wir haben alles er liegt hier faul und gut am tisch sehr gut du musst einmal abstimmen und dann geht los waren dann geht los 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 so die windmuster was für rätseln wir lösen wir bevor wir Kischli annehmen ja ich denke oder wir nehmen erst alle Kischli raus ja das können wir auch machen sonst dreht uns poli durch denke ich mal ja das ist mir schuld weil er irgendwie ein herzkasper kriegt oder so so also sammeltruhe rein auf alle tage hm 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 jetzt schuld auch mich durch den linus ja bitte gerne einmal reinge durch hm 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 mission erhalten ah ok hm 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 na ja zeigt so leicht links also jetzt so links links und die banken steuerbord nein rechte seite steuerbord linke seite stinkt ab da wird gebacken da steht da oben weil das kommt ja von england und die haben steuer auf der rechten seite oder war das so rechts 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 noch recht so rotes licht grünes licht der schwank ja dann fahr grad aus nah fahr in die märme fingre in die nase mit ein kleiner hause ja ich bin jetzt aber hier mal weg ich guck jetzt ein film was guckst du du kachimis 3 marsch wa marauder ok ok wo es will es oder wo es will es nicht jo genau also bis denn hey otto ja 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 bei alles gute schöne weihnachten tschau habe die ehre ja habe die ehre ist fröhe ostern ja viel spaß beim eiersuchen und im sommer viel heuch ja und viel stroh und weg ist er ja ich denke dass wir da vorne auf die insel müsse ha ja 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 ich denke ich denke ich denke ich könnte nachhauen oder tatsächlich in die richtung hat sich jetzt irgendwie schneller bewegt mhm was immer so in die richtung schneller geht und und ich denke mal ich ich denke einmal dass ähm dieses wedeln dass sie zwei inseln hat oder so mhm ja genau die andere gerade aus mhm mhm ich muss ja auch noch anrufen genau Arbeiterkammer okay Lohnsteil aus gleich meine 350 euro holen wie jedes jahr und ich habe schon viel scheffin scheffin da liegt die scheffin naja ich glaube das ist oder meinst du das ist ja Geh, voll nötig. Weiter voraus, ne? Hm. Nein. Uh ja. Oh, komm schon weg da. Komm schon wieder rein? Ja. Guck mal, ich bin hier schon ein paar mal gescheit. Aber nicht nur fast. Oh, 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 oh. Ja, das Rennen ist hart. Ist doch einfach so. Ja. Und vor allem ist es gleich am Anfang schon. Ja, aber. Wenn du am Anfang in die Türen kommst, hast du vergessen. Ich hab noch nicht ganz hohe Weg, die Kurve anfangen muss. Ja, vor allem die erste, die die U-Kurve, die ist einfach hart. Da rundum kann ohne drehen oder irgendwie rausfliegen oder sonst was. Vor allem am Anfang, wenn alles das ganze Feld dort ist. Ja. 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 Vor allem muss man fast gleich irgendwo auch zack. Bin wieder hinter. Mhm. 14 von 16. Super. Ja, das Rennen im Affe ist echt heftig. Vor allem bist du nicht irgendwie ein bisschen das besseres Auto wie alle anderen. Nein. Wie? Ah na. Verhaupt nicht. Eher im Gigatel. Hä? Ah, Karte ist echt jetzt. Ja, jetzt fangts ja, jetzt voll zu einem Kabel, mein Mann hat einen Arschler. Aber ich hab sie weggekauern und zack, wusste. Ich glaube, ich hab unsere Insel gefunden. Hä? Gerichtswiss. Ja. 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 ında Heidabimbam. Du. Lichtenberg ist raus. Ja. Ich bin jetzt einfach mal mit Vollgas für den Hintern ins ganze Feld hineingefahren in die erste Kurve. Wo ist die große? Hüßle! Hüßle! Hast du das Gefühl wir fahren im Kreis? Ja tun wir aber nicht. Ich fühle auch was. Hunger? Ne. Männer haben auch Gefühle. Hunger, Durst, kalt. Hunger, Kalt, Pipi. Na das sind die drei, die drei, drei Probleme in der Frau. Hunger, Kalt und Pipi. Zwei zusammen ist übel, drei zusammen ist tödlich. Hunger, Pipi, Kalt, ja. Wir sehen Kenia an, wo es da kommt, dass es mit wird. Ich lande auch wirklich nicht. Jetzt schocken wir, jetzt schocken wir, jetzt schocken wir, jetzt schocken wir Polly noch ein bisschen. Du führst jetzt eine Fische in die Kassel. Ja. Haha, ich wollte die Gäste. Links. Hüß. 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 Nachrichten. Unser Insel ist vielleicht besuced nun. спIONATE-UNTER DURINGНА ، Das hat man gerade angefacht. Nein. Weil du nur Eingfishpannen warst. Kannst du das wagen? Mäusile! Wo muss er da? Auf! Mäusile! Moin Moin! Klassik Vipex! Schönen Abend wünsche dir! Und Greke! Ahoi! Mahlzeit! Auch dir einen schönen Abend! Kann man segeln noch ein bisschen hoch, oder? Na, das gibt's gar nicht! Wieso? Da hängt der Rand so einen Millimeter Stuhl aus, der bremst das Auto voll ab! Zack, letzter! Ich war gerade viert! Die letzte Runde, weißt du? Kurz vor dem 10! Wie viel Moin wäre? Der Erste! Moin spielen! Ja, ja! So! Jetzt tun wir alle runter ziemlich kurz gelaufen! Und jetzt hast du... War knapp hinter der Erste! Ähm... Nö! Das ist nicht kostenlos! Kostet... Was... Was waren es? 36 Euro irgendwie? Keine Ahnung! Boah! Das ist nicht so lang! Ja! Oder 27 bei MMOGA oder so! So in den Dreh! Also knappe 30 Euro! Hey! Er will mich veräppeln! Kompass! Ja! Ja! Jetzt ist der Baum! Jetzt eigentlich ein Baum fest! Ja! Jetzt endlich! Ah! Okay! Okay! Da 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 da! Du bist gut! Rennen! Ja! Treffer! ja ja und und sechs oder sieben skelette wir noch gefunden toter sterben ja wenn der gerade derweil hat so mit water water ist nicht so und bei steam bei steam kostet glaube auch so an die 30 36 irgendwie sowas grünes licht ich habe grünes licht es leuchtet grün ja kissa kiffin oh mein goooood hm wir die da noch ein po desch bauen ha kiffin wo sind wir hierher gekommen ja die vorher haben das geliebte von hinten gekauft jo war es tot na na geschafft ok hast du das ding ausgebuddelt ja 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 ich bin derweil ach da ist er einmal ja ich bin derweil ja ich bin derweil meine güne du wo kommen die alle her ja ja tot oder den kampf in bin 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 fertig mit dem tod ich habe was an popo und noch mehr skelette eins mit meins mit sprengfass hinter mich hinter mich hinter dir bisschen viel skelette hier ja und ich hab nichts zu futtern ich werde verhungern so kompass da oben da oben da oben da oben das ok immer eine hunde hoch 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 kommt nicht nur eine eine insel 1 1 1 kartenteil das wäre blöd oder so auch ans ausbuddler hier und jetzt habe ich gerade einen Kisch dem Kanonkuchen ok, der Ober das ist echt traumhaft wenn ich was zu essen finden würde hm, ich glaube wir sind fertig hier auf der Insel hm, ich glaube nicht ich glaube ein Stückchen was muss ich naja, guck mal war und nichts zu essen ah doch Regenwürmer, klasse, was bringen wir Regenwürmer Regenwürmer, kann ich nicht essen klar äh, zonk so bin ich ganz nah, ja wohl, ich habe nichts mach schon, da kann ich nicht da be naa, ist nur ein Teil, was wir bis jetzt haben jetzt hast du das zweite naa, ich habe nicht auch nichts geholfen ja, das ist ja ein Teil, das habe ich nie ausgebuddelt ja, ich habe nicht auch nichts geholfen ach soo, da muss ich dann mal hoch naja, ich bin ja gestorben, da man ja denkt, dass du das geholfen hast naa, ich habe das geholfen, wo ich ausgebuddelt habe ok ja dann, ouch muss ich dann nochmal hoch, wa dann haben wir drei, drei Teile ja, jetzt bin ich schaub, jetzt muss ich nochmal so ich habe da oben eins ausgebuddelt dieses ship cannot sink geht's englisch ha 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 kein Stand, kein Standard echt nicht? na oh man titanik ok, ich habe nichts geholfen, aber er so dieses ship cannot sink und danach ist es untergekommen blub 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 na ha 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 weil im englischen seht ihr das so das ist ja für schon sinkbar oder? mhm dieses ship cannot sink ha 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 joh, genau, dieses Teile habe ich gerade verholt ja, und das habe ich eigentlich schon mal ausgebuddelt jawohl äh 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 ok schau, da muss niemand mehr essen ah ja 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 ich würde sagen, nächste Insel ha wirklich die menge war ich lauf da mal zum schiff und holt die bombe bombe dingster bums oder verdammt mit vielleicht zehn sekunden auf den ersten zehn sekunden sind zehn sekunden bei insgesamt rund also insgesamt vier minuten ok und sobald unfälle marsch bis nun mal vorne ok das ist es eigentlich schmutzig ist es nicht also einfach mit der steuerung der hand ist einfach nicht so drauf kann weil das ding das trifft so wie sonst was und du hast keine chance zu mir musst du du musst an und für sich muss langsam fahrer damit um die kurve kommt und dann raus schnell alle andere davor weil wir schaffen sie doppelte geschwindigkeit wie du mission erhalten und nie so da alles weg bist du an der seite insel oder wo bist du hier sprich doch mal ein taxi mit hupen e ich bin da mal auf weg war keine oh mein Gott, bin ich mir ich bin doch ab zykkeleidü okay na echt jetzt sehr siehst du ja in der kurve dreht kurz vorm ziel na dritte der erste runde druck bei der ausschwecken wie dretz natürlich eine runde reparieren das erste mal dass sie am erster feld so schnell vorbei da du bist ja nur das tipp wenn du um die kurve will gas darstelle vor oder nicht drauf blieb es und immer nur ganz kurz drucker dann kommst du besser im kurver ohne zum schild driften warte 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 Blah, 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 blah. So. Opa. Kanone. Direkt eine Kanone in die Küche. Ah, sorry. Ach, komm nach rechts. Machst du an deinem Scheiß rein? Dann bin ich am längsten gehängt. Jo. Definitiv. Ich bin da vorne rechts. Die Insel wird sein. Ich aber. Schenk so, ja. Ja. Ich denke mal. Ja. 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 Ich bin low. Ja. 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 Ich bin weg. Ja. 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 ok passt mehr brauchen wir nicht mehr juhu, den sieht man nicht so gut ich kriege es um dahinter ist voll der Hebel und der jetzt kann sich der waschen ein geben, spügt der oh mein gott da liegt die halbe die halbe family liegt das ist nämlich die da ist es aber die ist es noch nein 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 ja ich will hinter uns richtung oster vollgas richtung mein gott dies man und was haben wir dabei gegenwänt wir würden es anders sehen jöööööõ gott es anders sheppau die hunk hört, es gäbe es solle die herne die Eigenwein Ja weiss! Was sind das denn da? Das sind nicht mir! Aber du kannst ja, du kannst ja, du kannst ja zicke zacke fahren um das auszugleichen. Na danke. Ich meine, die Fische wird leicht gemacht. Mega? Ich will nur zwei mal holen. Nein, das ist nicht unterschiedlich. Komm schon! Nein, ich kann nein nein nein. Ich habe vorhin vier oder fünf mal gebraucht, bis ich einen Fisch endlich drin hatte. Ich weck mich doch ein Zickerli, du bist du gelernt. Ahhhh, ihr hast das Spiel. So, ich muss mal kurz sagen. Ernsthaft, die halt im Griff? Echt? Ja, aber nicht weniger wie so. Die Twitch. Die Twitch. Die Twitch. Die Twitch. Shooting. Und die Twitch. und die Twitch- Cyps까지 kaufen. Alter... Wie hieß es Ihnen? "? Jetzt probieren wir darauf. Und die Leute püren. POD Einstopp POD Rückkehrs Null Zuschauer Dauert ein bisschen Also wen das bei allen so ruckelt, wer wie mir wurscht nicht viel zur Schauer kriegt Ja, aber das wollte ich wissen, ob es total ruckelt Ja, ganz gewaltig Ja, das haben wir gedacht Das ist, weil über die Grafikkarte Äh Oder über den Prozessor, je nachdem Den Stream rausballerst Nein Nein Darum ist ja mein, mein, mein Sinn, Zweck, Plan, Übung, keine Ahnung Zwei Rechner, weißt du? Und Einer spielt Und einer streamt Ah, okay Ja Und die Hälfte, die Hälfte ist ja schon da, oder? Ähm Also ich würde dir eine Ressource für Spiele sparen Ja Weißt du, wenn ich, wenn ich überlege, oder? Also der, der obere Rechner, auf dem wo jetzt gerade zockt, oder? Das ist ein, 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 ein Ryzen 5, oder? Und mit 16 GB Arbeitsspeicher Das ist ja das, das lustig, oder? Und mein, mein, mein Rechner, den ich eigentlich zum Zocker gedacht habe, oder? Der noch nicht fertig ist Das ist ein, ein Ryzen 7 Mit 32 GB Arbeitsspeicher Ich müsste eigentlich nur umstecken, aber Ich bin zu faul Und ihr müsst, ihr müsst schauen, dass, dass irgendwann, ja, die Grafikkarte Ich könnte ja, ich könnte ja deine nehmen, Krishi Was meine? Grafikkarte Müssen wir hier denn? Ha, holst du die alte wieder zurück Ha, aber gut, dann ist Wasserkühlung und alles, was noch fehlt, oder? Ach, verdammt, ich muss eine Runde! Na! Wohl schon ein Triumphschräger, Ablo Ja! Na! Na! Es gibt's gar nicht! Die scheiß U-Kurve ist schon wieder, und schon wieder Fünfter, Mann! Ich bin gefreut, dass ich erst was ins Ziel kam, und dann muss ich noch mal eine Runde Da möchte Das ist doch der Grisude über die Trinkheit Das ist doch der Grisude über die Trinkheit Das ist doch der Grisude über die Trinkheit Hey! Hey! Nix! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Bisschen lächelt hinter uns zu mir oder so! Ok, das ist nur jetzt so eine Rischi! Vor uns ist die Insel, ne? Oh, ja! Nei, Maisile! Maisile, mal so lieb! So lieb, unser Maisile! Kleine Kröte! Ja, dritter. 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 Tavares Sprengpass Minimal Aber da sind ja auch keine Ahnung, 10 Typen raus oder so? Das will ich ja nicht sagen Pippo, mach das Auge zu beim Schlaufe Hey, auch ganz zu beim Schlafen Ich glaube schneller wäre ich sie, wenn ich zu voll ergangen wäre Nein, Alter, ich noch nicht ganz ausgraben Achso, ich hätte ihn geil anprobieren Wieso hast du dir nicht mehr ganz ausgraben? Alter, ich mich wegkriege, 10 Aber Passes Passes Hopsi Ah ok, wieder nach Devil's Ridge Ich habe ein paar Beruhigungssigarette, bis noch Ich schaue schnell auf Karte Südost, Skelett Südost Ja Morit? Nein Gehts du trotzdem an Sigret aus? Ja ja, sicher ich K.O. fahren Fast Bin weg am Steuer Bin dran am Steuer Bis gleich Ja Bling 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 Musik 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 T-T-T-T T-T-T Der Reberkauert im Sand wird losgehe. Ja, das ist einfach wieder dahinter. Das gleiche Insel, alles gleich. Passt. So, hier schau, dass ich gleich die ganze Wiener da find. Jo. Packst du die ganze Kischhose, falls wir es doch nicht schaffen. Ja genau. Dass Poli wenig so viel zur Volkserlebnis wird. Ja, Poli ist schon nicht mehr da. Haha, Poli. Poli ist nicht mehr da. Poli ist schon gegangen. Der kann das Elend nicht länger anschauen. Und da ballert wieder El Skeletto auf uns. Und der Trieb? Nope. Gar nicht. Und jetzt sind wir aus der Range. Das ist schön. Hm. Ja, Grisou war ganz was Feines. Hm. What the hell? Was steht denn drauf? Na gut. Keine Reparierung. Also sie haben das in der Mitte getroffen. Also das Loch dient am Hex hier, oder? Kein Loch. Kein Loch. Kein Loch. Kein Loch. Wieso mehr Wasser dient. Aber irgendwas ist hier kaputt. Da auch nicht. Da auch nicht. Komisch. Machst du auch nicht? Na. Nichts. Nix. 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 Schlimm ist alles was unter 18 ist. Hast'n du? Jo. Jetzt kann ich nicht den Lamm haben, oder? Hey. Oh, die Munition. Ja. Hm 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 hm. Ich nehm es mal nicht an, dass du deine, deine Hündin besteigst. Ja. Nehm es mal ganz, Herr. Nein, doch Sí. Sieれない ist alt. Inixa ogni. Hier ist alle die равно. Es ي located fast. hält Abgeordnete ja nicht wieder. Ich würde es auf die Stärke stärken. Okay. Wer schießt du, Kis? Ich glaube, du will nur diesen Schiff sinken. Ja. Guck'n Glück. Ja, ich schon dran. Vollgas. Du schieße, ich schüttel. Ich glaube, du schieße, ich bin am Zuma-Hascher. Ja. Ich bin tot. Der Drainboard. Ha? Der hat 100 Peaks Drainboard. Hullst du mich hoch? Oh, ist schon vorbei. Das Schiff ist schon, ist down. Oh. Nein, ist noch nicht down. Nein, ist noch nicht down. Nein, ist noch nicht down. Ich bin der Mann. Ja, das ist öfter. Die Tür drückt, die Tür drückt. Die Tür drückt, die Tür drückt. Ja. Was ist der denn da? Maschine, Scherpzink Da ist du Irgendjemand hat gerade eine Brandbombe auf mich geworfen Ok Ah der ist im Wasser Wie in einem Schöpfen Der ist im Wasser bei uns Er hat jetzt Brandbombe auf uns geworfen Ruhig zwischen den unten Ok Ja das ist ein Ruhig Er hat einen Ruhig Er hat einen Ruhig Ok Schiff von runter Na ja ja Er wird in der Haube Er ist tot Schiff von runter hmmm naja Da. Ich habe den Bild schon. Ja, unser Bode ist da. Die haben wir mit dem Hebron, wir sind auf dem actually. Ja, der ist, ja, er haut ab, naja, naja, gehen sie jetzt sinken, oder, ne, ich denke mal, dass sie, dass sie retour können, oder so, gut, da ist die Sammlung, aber, ja, ich bin ganz gut, ja, ich bin ganz gut, da ist die Sammlung, da ist die Sammlung, also, euch ausrauben ja die wichtigste kiste ist eigentlich die hier schlecht hallo ist fleisch gefressen also immer so ein ding was ich was ich was ich was ich irgendwo nicht nicht kapier das mann ich schon irgendwo dass man dass man keine ahnung auf bündnis und dass es profitieren ja beide davon er und wir das ist ja das das ist ja das tolle daran es profitieren ja beide davon das ist nicht so dass du dass das dass du da nicht 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 von irgendwo aber leider gottes gibt es viele minder bemittelte auf dieser welt so ich kann mir schon mal auf allen drei aus coole die klop das ist Ich verstehe Ich überlege mir echt ob ich jetzt einfach die Schwierigkeit gerade auf leicht setze und dann den scheiß Renner mache und dann auch doof wird Cheater Cheater So Der Schiffle wollte ja gar nicht sagen, wo überhaupt das Zeug noch da Ja, das Zeug ist noch da Na, das Zeug ist zu Ist zu? Ja Ich hab ein Kischle wo wir raus haben Ok Oh mein Gott, Buu zu Buu Hm? Oh mein Gott, komm her Oh mein Krümel Hm? Oh mein Krümel Hm? Oh mein Krümel Hm? Oh mein Krümel Wir wissen ja jetzt wie es geht, oder? Ja Vertragen wir die Sache auf Ein andermal, oder? Aber Ja Wir haben ja jetzt die Tradition einen Hochheber gehabt Jo 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 Müssma, 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 also wir müssen eigentlich, warte ja genau Ich kann ja jetzt nicht machen Dich muss noch eine End-Zone mehr im Vschäuber Und so, wie kann ich auch gerade draufwerfen? Ja So, ich kann euch gerade aufwerfen So, ich könnte sogar einen Duffee werfen Nein, das ist sicher nicht Na dann nochmal morgen Ja, sie sind gekommen Sind sie gekommen? Ja, die holen jetzt so einen Loot Na, das passt auch, oder? Juh Nein 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 Ja Ja So Ah Zeti? Was? Das ist die Unser Schiff Unsinkbar 57 Verlässt den Abend Ha 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 die 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 brennt langsam für sich hin die kleine unsinkbar 912 es war mir eine ehre für euch da zu sein zu zeigen wie es nicht geht oder und ja montag denke ich mal schauen und war nicht weil ich nach hause komme und und ob da kracht schon da drüben ich könnte das segel runter lassen dann brennt das auch noch schön ja wie gesagt normal es ist so der brauch von uns wenn wir offline gehen sind wir unser schiff an damit keiner unser schiff übernehmen kann und wie gesagt mal schauen wenn ich morgen zu hause bin und dann ja wird es wohl satisfactory geben würde ich dann gleich patchen aber wie gesagt mal schauen oh katzmann gang weg von der tastatur verdammt man ja es kostet nichts krieg immer wieder immer wieder neue schiff ohne ohne dass die groß was brennt lichter los geht gleich mal der mast knicken die bude brennt wir gehen nach haust du warten ich doch immer ein 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 nettes bild oder wenn die kiste da abbrennt so schön gemütlich unsinkbar 935 das kann ich gar nicht mehr zählen ich weiß nicht wie viel wie viele schiffe ich schon in die krake verloren habe und an west der geier was von dem her was hat muss immer wieder toll 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 sie auf tief zu spielen danke grischi oder und da habe ich einen mnm vergessen aber wie gesagt akima dankeschön dass du zugeschaut hast habe mich gefreut und wie gesagt morgen muss ich schauen mal nicht heinkommen dann gibt es eine runde satisfaktorie in diesem sinne bis dahin schönen abend und angeben nacht folgt der kugel so ist trümlich aus in dem sinne oder wer immer zuschaut tschau ein das ist so